Unsere Arbeitswelt befindet sich in einer Phase des radikalen Umbruchs. Dies hängt stark mit der Globalisierung und der digitalen Transformation zusammen. Die große Frage lautet, wie schaffen wir mehr Innovation? In einer Organisation, wo ein straffes Hierarchiegefälle herrscht, wo der einzelne Mensch nur wenig zählt, wo Visionen von oben nach unten delegiert werden, wo dem Spezialisten die Allgemeinbildung als Qualifikationsmangel erscheint, wo Effizienzkontrolle und Optimierung regieren und wo Positionen formaler Abschlüsse und Zertifikate mehr zählen als kluges Denken und Handeln, kann keine Innovationskultur gedeihen. Wir werden nicht dadurch besser, dass wir in Zukunft noch mehr optimieren. Im Gegenteil, es existiert ein Überschuss an Ideen und Innovation innerhalb und außerhalb der Organisation. Organisationen wie Universitäten und Unternehmen, der so lange verpufft, wie auch weiterhin die Vorstellung hochgehalten wird, man könnte mit den Mitteln der Industrialisierung die digitale Transformation meistern. Noch mehr Kontrolle, noch mehr Effizienz, noch mehr Optimierung. Also denken sich besonders engagierte und kluge Menschen, warum soll ich meine ganze Energie für Alpha-Organisationen verschwenden, also für Organisationen, die ein statisches Weltbild vertreten, die zwischen Denken und Handeln trennen und die nicht dazu in der Lage sind, ihr Hierarchiedenken abzulegen, wenn es um Innovationsfragen geht. Die Pyramide ist dabei die Grundform dieser Organisation. Wir finden sie schon vor Tausenden von Jahren im alten Ägypten. Und jetzt stellen sie sich einfach vor, sie würden in eine Zeitmaschine einsteigen und sagen wir, von der Zeit der Pyramiden in die Epoche der Industrialisierung reisen. Zu Zeiten der Industrialisierung mit dem Taylorismus war nicht nur die Rationalisierung von Arbeitsprozessen und die Massenproduktion verbunden, sondern auch der Glaube daran, vom Schreibtisch aus einen Plan entwerfen zu können, der en detail die Realität einer Organisation bestimmen könnte, in dem der Plan von unten in vielen Einzelschritten ausgeführt wird. Auch in der Schule ist die Pyramide präsent, so werden Lösungswege zumeist von den Lehrern vorgegeben und somit das selbstständige Denken der Schüler schon im Keim erstickt. Auch sind die meisten Schulen noch weit davon entfernt, Kinder und Jugendliche in ihrer Freiheit und Unabhängigkeit auf eine Art und Weise zu unterstützen, die nicht ausschließlich auf Instruktion und Leistungskontrolle basieren. Am Ende der Epoche der Industrialisierung und im Übergang zum digitalen Zeitalter sind wir recht müde geworden, denn die traditionelle Pyramide hat vielfach ausgedient. Das Positive, die Türen stehen weit offen für ein neues Denken und ein neues Arbeiten. Das Internet ermöglicht uns heute mit relativ geringen Mitteln und vergleichsweise niedrigen Kosten Plattformen zu gründen und Bewegungen ins Leben zu rufen. Ein Beispiel ist die Bewegung der Maker. Immer mehr Menschen werden selbst zu Herstellern. Der Maker produziert selbst oder lässt sein eigenes Produkt herstellen. Dazu baut er eine Produktionskette auf. Auch Menschen, die viel mit Kopf und Computer arbeiten, sogenannte Wissensarbeiter, können zu einem Maker werden. Nämlich indem sie als digitale Experten Podcasts produzieren, professionelle Blogs schreiben, eigene Onlinekurse und andere digitale Angebote entwickeln. Stellen Sie sich vor, Sie würden selbst eine Expertenreihe als Podcast entwickeln, diese zunächst auf ihrem Blog vertreiben, schließlich auch auf iTunes anbieten und diese Sendungen würden sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Das wäre doch toll, oder nicht? Ähnliche Entwicklungen existieren auch am Rande oder in der Peripherie von Bildungsorganisationen wie Universitäten. Edopunks sind Außenseiter, die dank Internet ihr eigenes Ding machen können und nicht auf traditionelle Institutionen angewiesen sind, nicht mehr zum Geld verdienen und jetzt auch nicht mehr in der Ausbildung. Und schließlich gibt es noch die digitalen Nomaden. Digitale Nomaden sind Menschen, die ortsunabhängig arbeiten. Nur mit einem Laptop ausgerüstet ziehen sie von einer Stadt zur nächsten oder gleich um die ganze Welt. Sie können ihren Job von überall aus erledigen. Dafür brauchen sie lediglich eine Internetverbindung. Dies ist ein Thema, das wir in unserem Sachbuch »Morgen weiß ich mehr – intelligenter Lernen und Arbeiten nach der digitalen Revolution« näher beleuchten. Das Buch erscheint im Oktober 2016 als E-Book und Book on Demand, unter anderem auf Amazon, bewusst im Self-Publishing-Format und nicht bei einem Verlag. Der Kauf des Sachbuchs beinhaltet die wichtigsten Entwicklungen im digitalen Lernen und das Potenzial von MOOCs und E-Learning-Angeboten. Die wesentlichen Entwicklungen zur Zukunft der Arbeit, die Megatrends von morgen, Interviews mit namhaften Experten, Psychologen, Forscher, kreative Manager, ein zusätzliches Strategiekompendium, das verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, wie Sie als angehende Experten neben der Arbeit, vielleicht in einer Festanstellung, ein smartes Geschäftsmodell auf der Basis von digitalen Wissensprodukten verwirklichen können. Und schließlich gibt es noch eine umfangreiche Komponentenliste mit 100 digitalen Diensten zu solchen Bereichen wie Online-Weiterbildung, digitale Wissensprodukte gestalten und vertreiben und Tools für produktiveres Arbeiten im digitalen Zeitalter. Zunächst wären da die Angestellten, die durch die Nutzung digitaler Technologien die eigene Flexibilität und Produktivität steigern wollen und die in unserem Buch verschiedene Wege, Möglichkeiten und Strategien aufgezeigt bekommen, wie Sie das auch tatsächlich realisieren können. Dann wären da die Führungskräfte, die mehr über agile Methoden des Managements wissen wollen. Designer, die sich für die Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen, für die Entwicklung von digitalen Beratungsmodellen und die Erweiterung ihrer Gestaltungsmöglichkeiten interessieren. Und dann wären da noch Personen aus dem Bildungssektor, die sich einerseits fragen, wie sich Bildung und Lernen im Zuge der Digitalisierung verändern werden, die sich andererseits aber auch dafür interessieren, wie Sie als Berater, Lehrer, Trainer oder Coach neue Wege im Internet bestreiten können. In unserem Sachbuch »Morgen weiß ich mehr« »Intelligenter Lernen und Arbeiten nach der digitalen Revolution« wollen wir all diese Punkte in einer zusammenhängenden Darstellung näher beleuchten. Bewusst aus unterschiedlichen Perspektiven, zwischen Wissenschaft und Praxis angesiedelt, unter Einbezug gestalterischer, strategischer und finanzieller Fragestellung. Das Sachbuch »Morgen weiß ich mehr« »Intelligenter Lernen und Arbeiten nach der digitalen Revolution« erscheint im Oktober 2016 als E-Book und Book on Demand. Im Vorfeld veröffentlichen wir zahlreiche Beiträge, Tipps, Ratschläge und Experteninterviews auf www.digitalistbesser.org. Abonnieren Sie auch unseren Info-Newsletter und erhalten Sie vorab ein Gratis-E-Book von uns zu Ihrer persönlichen Weiterbildung im Internet mit zahlreichen Empfehlungen und Plattformen hinweisen. Wir freuen uns auf Sie. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020